Der Kapitalismus wird in diesem Weltkrieg keine Lösung finden. Denn der Kapitalismus ist ein Problem. Und er hat keine, sondern er ist es. Und von daher werden wir immer wieder, immer wieder euren Grundsatz in Frage stellen, den Kapitalismus in die Straße zu tragen. Das ist klar. Da haltet euch ihr heute noch vorab. Aber heute ist es nicht mal und es ist nicht immer mal. Und es gibt die Sprichlosen, die zeigen, wer das Letzte lächelt. Und jetzt eigentlich ein psychologischer Lächeln, wie wir sieben, dass wir uns kommen.